Sie wird auch die Führung in Deutsch machen, von daher haben wir da schon einen großen Vorteil. Um uns noch kurz vorzustellen, wir sind eine Gruppe von Studenten, aktiven und auch schon abgeschlossenen für die Sommelier-Ausbildung an der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz. Die meisten von uns arbeiten in der Gastronomie, auch in der sehr gehobenen Gastronomie in Frankfurt, teilweise auch in Düsseldorf etc., also auch über ganz Deutschland verteilt. Sie kennen natürlich Ihre Weine hier von Onelay ja schon und möchten Sie jetzt einfach mal ein Bild machen, wo die Weine herkommen, warum sie so hochwertig sind, so bekannt und auch natürlich so von guter Qualität und werden dann natürlich auch entsprechend bestimmt Ihre Weine gerne mit Begeisterung weiter an Ihre Gäste empfehlen können. Die Frau Dreis-Petra ist bei der Wein- und Sommelierschule auch zuständig in der Organisation, ist jetzt auch dabei, weil sie gerne die Prüfung machen möchte im nächsten oder übernächsten Jahr. Ich persönlich bin der Dozent für das Weinland Italien und gebe also den Studenten normalerweise die Kurse für italienischen Wein, erkläre Ihnen das alles und auch was die Besonderheiten sind. Wir sind jetzt hier zum ersten Mal in einer Weinreise in südlicherem Italien, also es gab schon Weinreisen nach Südtirol, aber dieses Mal sind wir halt geflogen und sind also zum ersten Mal in Toskana, haben jetzt schon drei Tage toskanische Weine probiert, natürlich hauptsächlich Basis Sangiovese, Chianti, Brunello, Vino Nobile und sind jetzt gespannt, was, sagen wir mal, das Moderne, die neue Toskana ausmacht, die ja hier in Bulgari einfach ihr Herzstück, ihren Ursprung hat, sich natürlich jetzt dann auch noch erweitert hat auf Morellino, runter nach Corseto und die Massa Marittima, wo auch wirklich die ganzen bekannten Weingüter Italiens sich auch Land gekauft haben. Gaia, das beste Beispiel mit Kamakamba oder natürlich so Institutionen wie Onelaya, die es jetzt mittlerweile schon seit über 20 Jahren einfach gibt. Ja, und von daher denke ich, sind wir sehr gespannt, was Sie uns heute hier über Onelaya erzählen können. So, entschuldigung für die Brille, aber ich habe eine Allergie und so, das ist ein bisschen schwierig für mich heute ohne Brille. Und willkommen in Onelaya, entschuldigung für mein Deutsch, ich spreche nicht jeden Tag auf Deutsch, aber ich hoffe, so verstandbar zu sein. Und wir sind in einer Seite von der Güte von Onelaya, weil Onelaya-Güte ist in zwei Teile geteilt. Eine ist hier, wo die Ornelaya in 1981 begründet wurde, bei Marquesa Lodovico Antinori. Und in 1982 hier die Pflanzen erst einmal bepflanzt werden. Und zehn Jahre später, in 1992, haben wir entschieden, unsere Besitzenden zu vergrößern. Und wir haben noch eine andere Seite gekauft, fünf Kilometer weiter von hier. Und der Name dieser anderen Seite ist Pellaria, das heißt die junge Seite. Aber leider könnten wir nicht heute nach Pellaria zu fahren, weil so viel geregnet hat und dann, das ist unmöglich, zu früh zu laufen dort. Das heißt, sie stellen den Zirkel neben der Natur dar, wie ein Weinberg, die plantende Weinberg. Das heißt, sie haben eine neue Lebe in den Frühlings und sterben in den Winter. Und wieder mehr Lebe in den Frühlings. Und an der Rückseite kann man ja die besondere Flasche, sechs Liter von der 2007 Armoni-Character. Sie, jede Etikette hat eine Buchstabe von der ganzen Saal, ein wenig mehr verhaftet. Und jede Yaga wird nur eine neun Liter Flasche. Das heißt, das ist von der 2006 Interstelligkeit, die Kulanzer, auch ein wenig. Und 2007 Armoni-Character. Und in die Überschrift ist ein anderer Charakter, das war der neun Liter Flasche. Und diese Neun Liter Flasche werde ich manchmal, wie sagt man, ob schon fröhlich, ob somit, ja, 50.000 Euro, benutzen wir ja nun mal eine